Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Elena Esel. Hallo, Papa Wutz am Apparat. Monsieur Wutz, comment allez-vous? Oh, das Telefon ist kaputt. Siehst du, das Telefon redet Unsinn. Hallo, comment allez-vous? Hallo, Monsieur. Ist-ce que Elena peut rester un jour? Oui. Elle est dans le train. Au revoir, das war Monsieur Esel. Er spricht Französisch. Ah, hab ich mir gedacht. Mama, was hat Monsieur Esel denn zu dir gesagt? Er hat gefragt, ob Elena uns besuchen kann. Oh, prima. Elena Esel ist eine ganz besondere Freundin von Peppa. Sie wohnt in Frankreich. Elena kommt zu uns, um Deutsch sprechen zu üben. Juhu. Wir müssen uns beeilen. Elenas Zug kommt gleich an. Endstation. Alle aussteigen. Da ist Elenas Zug. Elena. Bonjour ist Französisch und heißt Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Esel. Liebe Güte, ist der Riesenkoffer von Elena? Ja, Elena hat ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Lauter Dinge, die es hier nicht gibt. Käse, Brot, Tomaten, Wasser. Au revoir, Elena. Ich komme dich morgen Abend wieder abholen. Wo soll ich Elenas Gepäck hinbringen? In mein Zimmer. Nach ganz nach oben im Haus. Und das ist dein Gepäck für nur eine Übernachtung? Oh yeah. Deshalb ist es ja auch nur ein ganz kleiner Koffer. Also, Elena ist ja hier, um Deutsch zu üben. Wir müssen ihr alle dabei helfen. Ja klar, Mama. Zuerst muss ich mich entschuldigen, dass ich noch nicht gut Deutsch spreche. Oh, du sprichst nicht so schlecht. Das ist sehr nett, Monsieur Wutz. Aber darf ich Ihnen eine Frage zur deutschen Sprache stellen? Aber natürlich. Ich bin Experte für Sprache. Frag nur. Sind Infinitive eine Form unregelmäßiger Verben oder intransitiven Pronomen? Ähm... Es ist ja wirklich schon spät. Sollen wir nicht Elenas Bett machen? Mama, Mama, kann Elena nicht in meinem Bett schlafen? Mit einem Kissen an jeder Seite? Gute Idee, Pepper. Pepper und Elena schlafen im selben Bett mit einem Kissen an jeder Seite. So, Kinder, versuch zu schlafen. Morgen wird ein aufregender Tag. Elena geht mit in eure Spielgruppe. Ah, dormez bien. Dormez bien ist französisch und heißt schlaft gut. Ich bin doch gar nicht müde. Wir können ja was singen, um müde zu werden. Ja! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne les matines. Bei dem schönen französischen Lied schlafen alle ein. Ding, dong, dong. Elena geht heute mit in Peppers Spielgruppe. Madame Gazelle, das ist meine französische Freundin, Elena Esel. Bonjour. Ah, bonjour, Elena. Elena hat gestern ein sehr schönes französisches Lied gesungen. Können wir ihr nicht eins von uns beibringen? Wie wär's mit dem Bing-Bong-Song? Ja, singt mir das Bing-Bong-Lied vor. Es ist gut für mein Deutsch. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Buh. Bang, Bing, Buh, Bing, Bang, Bing, Bing, Bang, Bingeli, Bangeli, Buh. Bang, Bing, Buh, Bing, Bang, Bing, Bing, Bang, Bingeli, Bangeli, Buh. Gut, jetzt habe ich viele neue Wörter gelernt. Bing, Bong, Bingeli, Bangeli, Buh. Verstecken Peppa und Schorsch spielen Verstecken. Schorsch ist an der Reihe, sich zu verstecken. Er muss schnell ein Versteck finden, bevor Peppa mit dem Zählen fertig ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun, zehn. Alle aufgepasst, ich komme! Peppa muss Schorsch suchen. Hab dich! Peppa hat Schorsch gefunden. Schorsch, das Versteck war viel zu einfach. Nun darf Peppa sich verstecken. Eins, drei. Ich helfe Schorsch beim Zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn. Los geht's, Schorsch. Du kannst anfangen. Jetzt muss Schorsch Peppa suchen. Peppa ist nicht unter dem Tisch. Schorsch, schau doch mal oben nach. Peppa ist nicht unter dem Bett. Was war denn das für ein komisches Geräusch? Peppa ist auch nicht hinter dem Vorhang. Da war wieder dieses komische Geräusch. Was kann denn das sein? Schorsch hat Peppa gefunden. Schorsch hat mich gefunden. Jetzt muss Papa sich verstecken. Oh, ich finde, Schorsch sollte noch mal suchen. Aber Schorsch kann das noch gar nicht richtig. Bestimmt klappt es diesmal besser. Komm, Augen zu und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, 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 fünf, sechs, sieben. Zehn, acht, neun, zehn. Alle aufgepasst, ich komme. Oh, Schorsch ist ja gar nicht unter dem Tisch. Sonst hat er sich immer unter dem Tisch versteckt. Willst du denn nicht mal oben nachschauen? Ich weiß, wo er ist. Schorsch ist in unserem Spielzeugkorb. Oh. Schorsch ist gar nicht im Spielzeugkorb. Wo kann er bloß sein? Peppa kann Schorsch nirgendwo finden. Papa, ich kann Schorsch einfach nicht finden. Oh je. Wo kann Schorsch nur sein? Sieh mal an. Ich glaube, hier steht etwas über Schorsch in der Zeitung. Schorsch, hab dich. Oh, Schorsch, das war ein tolles Versteck. Schorsch war die ganze Zeit hinter Papas Zeitung versteckt. Teddys Ausflug Peppa und ihre Familie machen einen Ausflug. Papa Wutz hat ein Picknick vorbereitet. Peppa, Schorsch, habt ihr eure Sachen gepackt? Ja, ich nehme Teddy mit. Sausia. Wenn ihr sie mitnehmt, müsst ihr aber auch darauf Acht geben. Ja, Mama. Seid ihr startbereit? Ja, Papa Wutz. Dann geht's los. Schorsch hat seinen Dinosaurier vergessen. Oh, Schorsch. Du solltest besser auf deinen Dinosaurier Acht geben. Sausia. Sind wir jetzt alle ganz und gar sicher, dass wir sonst überhaupt nichts vergessen haben? Ja, Papa Wutz. Teddy, ich habe Teddy vergessen. Wo hast du ihn denn liegen lassen? Ich glaube, auf dem Küchentisch war's. Peppa, du solltest wirklich besser auf Teddy Acht geben. Teddy. Jetzt aber wirklich. Sind alle bereit? Ja, Papa Wutz. Es geht los. Da ist der Picknickplatz. Wir sind da. Hurra. Ich liebe diesen Picknickplatz. Hier ist es still und friedlich. Da kommen Zoe, Zebra und ihr Vater. Herr Zebra, der Briefträger. Hallo, Herr Zebra. Bringen Sie unsere Post. Ho, ho, leider keine Zustellung. Ich habe frei heute. Nee. Wir machen nämlich ein Picknick. Genau wie wir. Also, warum machen wir nicht alle zusammen ein Picknick? Oh, ja. Was für ein prächtiges Picknick. Dürfen Schorsch und ich bitte schon mal aufstehen und mit Zoe spielen? Ja, Peppa. Zoe, ich habe meinen Teddy mit. Ich habe meinen Affen mit. Uh, uh, uh. Faust, ja. Ich habe mein Puppengeschirr mitgebracht. Wir spielen Picknick. Oh, da sind die Enten. Sie kommen wirklich jedes Mal, wenn wir hier picknicken. Wir hätten wohl Orangensaft dabei. Und wir hätten wohl Kekse dabei. Da, echter Puppenkeks. Sehr lecker. Oh, je. Die Enten möchten wohl keinen echten Puppenkeks. Oh, fein. Dann können ja der Affe und Sausier und Teddy mehr bekommen. Hm, lecker. Uh, uh, uh. Affe sagt, der beste Keks der Welt. Peppa, Schorsch, wir fahren. Wiedersehen, Zoe. Wiedersehen. Alle startbereit. Ja, Papa, Rutz. Machen wir uns auch auf die Socken, Zoe. Ja, Papa. Tasse, Teller, Affe, Teddy. Oh nein, du gehörst aber nicht hierhin, Teddy. Peppa hat ihren Teddy vergessen. Schon wieder. Peppa und ihre Familie sind zu Hause. Oh, genug Gefahren für heute. Alles, was ich jetzt noch möchte, ist, meine Füße hochzulegen und ein bisschen fern. Teddy, ich habe Teddy vergessen. Oh, Peppa. Jetzt muss Papa Wutz den ganzen Weg wieder zurückfahren. Ähm, ja, natürlich. Da ist der Zebra, der Briefträger. Ich dachte, sie hätten heute ihren freien Tag, Herr Zebra. Heute ist mein Feiertag. Aber Zoe hat eine besondere Spezialzustellung für eine gewisse Peppa Wutz. Bitte schön, Peppa. Was ist das? Es ist Teddy. Du hattest ihn liegen lassen. Also haben wir Teddy mitgenommen. Danke schön, Zoe. Teddy hat bestimmt einen spannenden Ausflugstag gehabt. Aber Peppa, du musst wirklich ein bisschen besser auf ihn Acht geben. Ja, Mama. Du bist ein sehr unartiger Teddy. Du musst versprechen, dass du nie wieder so herumbummelst. Entschuldigung, Peppa. Ich verspreche es. Untertitelung des ZDF für funk, 2017